Jetzt sagt sie, oh, ich bin eben runtergefallen. Tut mir leid. Ja, ich hab mir im Chat gelesen. Ja, stimmt. Ja, du kommst ja wieder. Ich bin zu genervt. Ja. Ja, ich bin zu genervt. Na dann. Falls es so ist. Nee, stopp. Fröhlichen 2. Advent. 2. Advent. Ja, ich denke, am 2. Advent müsste kommen. Egal, fröhlichen Advent. Ja, genau. Ich glaube, es müsste heute sein. Du sag mal, ist das schlimm, wenn Feed the Beast Launcher Konsole abschmiert? Die Konsole ist eigentlich nur fürs Starten, glaube ich, wichtig. Naja, man kann sie auch laufen lassen. Jetzt ist sie ja ganz abgeschmiert. Ich mach die eigentlich immer beim Schließen zu. Hast du, äh, beim Starten zu, hast du noch den Hammer und Limestone? Ich müsste mir nämlich ne kleine Mopf haben, da hinten bei den magischen. Also ich hab hier nen Hammer. Dann kannst du haben, ich mach mir gleich nen neuen. Hast du auch nen Limestone? Nein, Limestone nicht. Nee, den müsstest du mal kurz aus dem Boden rausklopfen. Nö, ich hol mir hier aus dem Altar. Okay. Dann hab ich eh noch ein paar Flecken, die ich abbauen darf. Dann brauch ich noch ein paar Stöcker. Stöcker? Ja, ich mach mir welche im System. Woot. Was? Ist kein Holz drin? Das kann nicht sein. Zip, zip. Ist das ME-System vielleicht wirklich ein bisschen durcheinander? Ich geb Wood ein und da kommt nichts. Oder haben wir Wood nur unten? Also ich hab da noch keinen Wood eingelagert, glaub ich. Ach so. Dann mach ich das doch mal. Do what you wanna do. Aber kein Rubberwood. Nee. Rubber, Rubber. Junglewood, 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 Junglewood. Ja, aber warum nicht? Ein bisschen Junglewood. Haben wir denn noch Möhren hier oder so? Ah, kaum. Ich müsste mal das ganze Holz rausnehmen und ein bisschen was löschen. Damit er auch wieder Weizen und Möhrchen abbaut. Bums, Bums, Bums. Der pflanzt doch schon gar nichts Neues mehr. Nee. Hm. Na, wie dem auch sei. Hat der denn noch Weizen? Weizen ist hier offenbar. Also Weizensamen. Das kann sein, dass der mal wieder durcheinander gekommen ist und ganz viele Karotten. Ja, siehst du wohl. Nee. Hä? Da sind Slots frei. Wieso? Wieso? Ich möchte mich jetzt nicht. Ich möchte jetzt nicht mit dem Harvester arbeiten. Wir haben genug zu essen. Wenn du das arbeitest. Ja, bitte nicht. Nicht der Harvester schon wieder. Na. Er müsste gleich Weizen abbauen. Dann müsste er ja auch wieder Samen kriegen. Ich habe schon wieder den Bilderswand ins ME-System gemacht. Ich könnte ihn nochmal behalten, jetzt wo wir zwei haben. Wir haben zwei? Hast du noch einen gemacht? Ja, in der letzten Session irgendwann mal. Ach so. Oh. Weil du hast ja einen im Inventar, ne? Kann ich mir ruhig den anderen nehmen. Tatsächlich ja. Ja. Gut. Das ist gut, dass ich wenigstens weiß, was du im Inventar weißt. Mhm. Finde ich gut, ja. Mhm. Ach Quatsch, ich muss ja erst Stocker machen. Oh, wie groß machen wir das Ding hier denn? Oh, muss ja eigentlich nicht so groß sein. Ich mache mal... Ohne 9 mal 9. Ein paar Hammer ins System. Kann man sich dann bei Gelegenheit rausnehmen. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Müsste passen. So. Ähm, Water hatte ich doch, wo ist Water Shard? Wo ist meine Water Shard? Water Shard. What the fuck, wo ist meine Water Shard? Ich kenne Watermelon. It's Watermelon, it's Watermelon, it's Watermelon, it's Watermelon, melon, 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 melon. Das ist aber echt ein bisschen seltsam. Wo ist sie? Questbook sagt, ich hab die. Very strange. Oh, da liegt ein Ei. Jetzt kommt das Schlimmste, Obsidian. Dafür baue ich aber nochmal eben... Das dauert ja ewig, bis ich den abgebaut habe. Nether Rack brauche ich auch noch. Da muss ich gleich mal gucken, ob der wieder arbeitet. Und was ist mit dir schon wieder los? Ich, äh, bin hier gerade am, äh, ne? Ach, der hat keinen Strom. Was ist das denn? Warum ist der Glacier... Äh, Precipi... Ist der nicht an Strom angeschlossen? Precipator? Kann sein, ja. Precipipator. Ach stimmt, das wollte ich irgendwann mal machen, ja. Mist. Gut, einen Tank reicht. Jetzt, wo du es sagst... Fällt's mir wie Puppen von den Hauben. Ach, ich kann nicht... Oder wie sagt man das? Ich wundere mich nur, wo meine... Water Sharps sind. Bum, 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 bum. Ähm... Da ist der goldene Sack. Hehe. Kinnst du dir einen goldenen Sack. Ich frag mich nur, warum... Sag, bist du gerade zufällig am Crafting-Menü? Äh, nee. Äh, ich bin in der Nähe. Was willst du denn haben? Kannst du mir eine Tür und einen Gartenzaun machen? Ja, aber... Damit ich hier gleich zumachen kann. Hä? Ich bin nämlich Tutti. Warum nicht? Ich wünsche mich hier in Ruhe fettig machen. Hä? Äh... Also... Warte mal. Du musst erst Bretter da draus machen. Ja, ist alles gut. Ich hatte auf Craftable stehen und deswegen hab ich das nicht gesehen. Craftable oder Craftable? Craftable. Schon, ja. Ah. Entschuldige. Ich hab jetzt fünf Türen gemacht. Wie viele Türen brauchst du? Eine. Okay. Ich pack's wieder ins System. Ah, jetzt baue ich da den... Wo ist er denn? Der Nothoker. Kann ich auch mal Karte sehen? Tatsächlich nicht. Und beim Flutaltar? Warum wirst du mir da nicht angezeigt? Weiß ich nicht. Ach, du bist ja ganz dahin. Ja, da bist du ja. Eine Tür. Oh, verdammt das reiche. Ja, du kannst die ja direkt da vorne hinten. Mäse hier hin. Bitteschön. Und was mit dem Gartenzaun? Ach, der Gartenzaun. Hab ich erst vergessen. Entschuldigung. Wie ging der denn jetzt nochmal? Der ist ja hier anders als wir in Standard-Vanilla-Minecraft. Ja, aber erst seit der 1.8er-Version. Vorher war der, glaube ich, überall gleich. Nee, weil hier wird der überschrieben von der Mod. Hm? Ach, wir haben noch Fancis. Quatsch, der hat da das Standard-Rezept hier. Sicher. Du sollst. Stimmt sogar, dass hier heißt, da steht Minecraft bei. Hm. Wie gibt's the people on the ground? Wie viel braucht es eigentlich nochmal? Eins. Hast du mir jetzt einen Fans gemacht, oder? Ich brauche ein Tor. Ein Tor? Fans, Tor, Soundtor. Hatte ich aber auch gejagt. Jetzt habe ich einen Fans gemacht. Hatte ich gejagt. Warte, ich nehme einfach dies hier. Ich nehme das mal weg, da. Hihi. Nein, Quatsch. Zack, zack. Und zack. So. Na komm. Können da drin ein paar Mobs spawnen. Dann kann ich die mit meinem Sacrificial-Gedöns hier aufschlitzen. Hast du jetzt das Soundtor gemacht? Bin ich dabei. Braucht aber ganz schön lange für ein Soundtor. Ja, immer mit der Ruhe. Ähm, geht es auch mit Junglewood Planks? Jo. Bitteschön, Licht auf dem Boden. Merci. Hier ist dein Hammer übrigens wieder, wenn du den willst. Ne, überholt ruhig, dann brauchst du auch einen Hammer. Okay. Ähm, ob sie... Ich hab doch einen. Ja, hast du? Ja, klar. In meiner Hose. Ah, ich wusste es. Das musste ja kommen. Ich weiß jetzt auch, wie ich das Wasser aus dem Tank kriege. Ich stelle sie einfach übereinander. Das geht schnell. Ich brauche ja nur einen Tank hier. Obwohl, zwei Tanks. Wäre auch nicht schlecht. So, jetzt werde ich mal diesen Plug of Gold da reinsetzen. Zack. Hier gleich schlachten. Oh, der zieht aber ganz schön schnell. Verdammte Hacke. Puh. Peng. Alles gut. Creeper? Jo, jo. Alles gut. Das Ding ist ja schon leer, ey. Also, ich wünsche mir dann eine Silence Maus zu Weihnachten. Mhm. Jetzt hol ich das Ding wieder raus. Ich stepp. Ich hab doch sogar noch einen Fluid-Duck. Brauche ich das denn eigentlich? Kann ich den Tank vielleicht auch direkt oben draufsetzen? Ah, ne, oben geht gar nicht, weil... Doch, geht. Ne, der besteht auf Fluid-Ducks anscheinend. Dann geben wir ihm doch eine Fluid-Duck. Ich glaube, ich muss warten, bis da mehr Monster drin sind. Na. Wohin zählt das überhaupt? Äh, da. Hm, bis dahin nicht. Hallo, Monster! Ups, falsch, das denn. So, dann... Baue ich da noch ein Servo ein. Und sag dem Präzisien-Hemmer raus. Präzisien-Hemmer. Präzisien-Hemmer. Gut. Und Wasser. Wasser. Ähm, ich brauche noch eine Fluid-Duck. Jetzt könnte ich mir auch einen Huhn mitholen zum Opfern. Was? Was haben wir einen Huhn? Mal gucken. Mal gucken, ob das geht. Bac, 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 bac. Man muss da rechts klicken. Weiß ich nicht. Kann ich dir nicht sagen. Ich bin da nicht so bewandert drin. Ein bisschen wascher. Ja. Da, komm ich hin. Da war ein Servo rein. Sichel-Hemmer raufhauen. So heißt es in der deutschen Version. Hm. Dann hat er jetzt... Das klappt nicht. Wieso? Ach ja. Ähm, so. Alles klar. Obsidian. Jetzt stellen wir 16 Obsidian her. Finde ich toll. Ja, machst du ganz toll. Ich hole euch ein Zimmer. Äh, was? Ne, der Ignatius Extruder, der ist mir zu heiß. Okay. Okay, ich kann hier halt umgehen. Das ist so heftig. Ähm, mal ordnen, bitte. Ja, ordnen wir das schön kaputt, ey. Habe ich die Scherbs da reingepackt? Ich bin mir nicht sicher. Hm. Ne, habe ich nicht. Wo habe ich denn... Was habe ich denn gemacht? Schon wieder. Ah. Wie klappt das da? Hm. Muss ich denn ein Table machen? Sehr schön. Ich glaube, ich muss mich echt noch mal ein bisschen mehr mit diesem Blutgedöns hier auseinandersetzen. Mhm. Ich komme hier irgendwie gerade nicht weiter. So, Obsidian. Wo bist du? Da. 15 Stück schon. Super. Die mache ich mal eben. Mach ich mal eben kaputt. Dauert jetzt. Du machst immer nur alles kaputt. Oh, das war gemein. Aber wahr. Nein. Springmeister Kinsey. Oh, das ist jetzt sogar eine fiese Referenz. Aber eine Ware. Ja. Hm. Toka, ganz gemein zu mir. Wenn man den Jetpack anzieht, dann funktioniert der auch. Cool. Hey. Weg, weg. Weise Erkenntnis vom Toki. Teil 1. Sei nicht so frech. Was? Ich bin nicht so frech. Ich klappe auf CD an. Ich bin nicht frech. Ich klappe. Alles für den Dackel. Alles für den Club. Na, ich dackel auch mal rüber. Na, order shared. Oh, ich voll die Tiert. Jetzt muss ich den ganzen Scheiß hier abbauen. Ah, gut, dass ich noch einen Diamanthammer habe. Oh. Wenn es in Lali liegt. Ah, geht ein bisschen schneller. Isen. 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 Wer ist das? Keine Ahnung. Grüßen mal schön von mir. What? What? Sagte. Sagte er. Sagte. Let's put cheese. F**k you. Jetzt reagierst du. Ach, auf einmal. Ach so, jetzt reagiert aber auch sie. Von daher kann ich jetzt auch mal schreiben. Pickaxe? Jetzt sagt sie. Oh, ich bin eben runtergefallen. Tut mir leid. Ich hab mir im Chat gelesen. Ja, stimmt. Ja, du kommst ja wieder. Ich bin zu genervt. Ja. Ja, das muss ich mal. So machen. Hast du noch eine saugute Pickaxe? Mit der ich das hier jetzt weg machen kann? Ja, ich bin gerade bei denen. Ach so. Nein. Ach, Quatsch. Ach so. Jetzt soll ich auch mal mit rüberkommen. Ich kenne mich recht gut aus mit dem Harvester. Ich hab mich da sehr lange mit beschäftigt. Echt, das hab ich gar nicht mitgekriegt. Hast du das mitgekriegt? Ich war so in meine Towncraft-Melt hier. Ich hab ne Katze erschossen. Oh, wie kannst du nur? Na gut, ich hab meine erste Katze auch umgebracht. Äh, in-game. In-game. Nicht in real life. In-game. Das soll ich ja ganz schnell dazu sagen. Aber das war ein Versehen. Oh mein Gott. Kannst du mir bitte nächstes Mal deine, wenn du wieder hier bist, deine Pickaxe deinen? Das dauert mich ja zu lange, den Obsidian mit. Ich wollte nur ein paar Mal mit einem Pfeil auf dich schießen und jetzt komm ich wieder zurück. Gut. Ich geh dann kurz in den Neter. Und hau dir direkt vor Ort. Ach stimmt, dadurch hätt ich auch schneller zurückkommen können. Ach ja, wir haben jetzt ne Abkürzung. Aber nur in eine Richtung. Ne, ich weiß nicht, ob ich das schon. Naja, zumindest haben wir ein paar Order-Sherz. Ohne Scherz. Ohne Witz, ey. Noch eine Order. Scherz. 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 So wird's ausgesprochen. Ach, ey, der Turm war noch nicht fertig geladen. Ich hab grad schon gedacht, dein Turm wär oben schief. Aber der war nur noch nicht fertig geladen. Okay. Dü, 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 dü. Dann gucken wir mal nochmal nach den Bienchen. Ah, jetzt hab ich's gleich fertig. Nur noch einen Obsidian. Und was kam raus? Zwei Cultivated. Kann ich die zusammen züchten? Nein. Komm, geh schlafen. So. Auch Cultivated. Und... D, 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 d... Common. Hab ich da. Cultivated, common. Zack. Ja, bin die Neter. Den Scherz. Scherz. Hinterher. Ja, ja, was geht. Energie 48. Hm. Hm. Oh, ich glaube, ich kann, ich glaube, ich kann eine Quest abschließen. Egal jetzt. Yay! Und es geht weiter mit Honeydrop. Okay. Brauch ich davon auch noch 16. Na, dann auf geht's. Fuck. Noch eins raus. Fuck sagt man das. Ah. Fire Shard. Wir können eine Quest abgeben. Yay! Reward Bag. Earth Infused. What the heck? Ich muss hier raus. Da hüpft irgendwas. Da hüpft irgendwas? Ja, ich muss hier raus, ganz schnell. Oh, ich kann sogar zwei abgeben. Äh, was, was brauchst du davon? Ah, nee, man kriegt alles. Okay, man muss gar nichts aus. Also, der, 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 der Infused Stone, der gibt mir nur weitere Shards. Okay. Mach ich doch einen goldenen Apfel. Sonst bin ich gleich kaputt. Warum? Ach Gott, was machst du? Ich war vergiftet. Wovon? Von meinen Bienen? Von, nee, vom Neta irgendwo. So, du warst wieder im Neta. Hm, ich hab mich Shards besorgt. Äh, wo bist denn du? Dann geb ich dir gerade hier die Infused Stones. Ah, da bist du. Weil die brauch ich ja dann eigentlich. Danke. Hättest du eigentlich auch das Reward Bag nehmen können. Ja, es gab alles. Es war keine Wahl. Ah, das finde ich toll. Oh, 64 Dirt. Ja, dann können wir jetzt loslegen mit der Party. Oh Mann. Da bin ich ja mal gespannt. So ein Reward Bag wäre mal am Anfang gut gewesen. Kann ich das jetzt abgeben? Kann ich ja mal. Ja, jetzt kann ich das auch abgeben. Cooles Ding. Das, was wir uns vorher offscreen unterhalten hatten. Was nicht funktioniert hat, hat jetzt funktioniert. Ich habe noch eine Fire Shard für dich. Äh, wir können eine Quest abgeben. Study of Magic. Claim Reward. Ah. Okay. Jetzt geht die schon wieder nicht abzugeben. Ach, weil ich den Tisch, habe ich den Tisch irgendwo, weil der im Goldenberg of Holdings vielleicht. Vielleicht liegt es daran. Dann gucken wir doch mal, was wir hier haben. Mein Tormometer ist auch im Goldenberg of Holdings. Hallo, Kinsey. Na? Was denn? Wo? Wie? Was? Du bist ja völlig am Leuchten. Light D, Light D. Ja, ich habe irgendwie eine komplett verzauberte Lederrüstung bekommen. Cool. Mit overall Protection 5 drauf. Boah. Na, dann gehen wir mal kämpfen. Nö. Nö. Ach, ich weiß, warum ich nicht Claim Reward machen kann. Ah, wie banal. Mein Inventar ist voll. Ist ja oft der Grund. Hast du Study of Magic auch abgegeben? Äh, ja, 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 ja. Aber jetzt wird es auch schon kompliziert sein. Jetzt wird es aber auch schon Ende, weil wir haben die Zeit schon wieder voll. Na, können wir heute nicht einfach mal überziehen? Nein. Wie viel haben wir denn jetzt? Vielleicht können wir noch eine aufnehmen. Ja, wäre ich. Na, eine könnte man noch. Eine könnte man noch. Ja, wenn wir eben fünf Minuten. Ja, dann hau rein. In der Zeit schaue ich, wie ich das mit dem Blutaltar hier hinbekomme. Ich stelle hier übergangsweise mal den Research Table hin. Okay. Okay, habe ich Anmod gemacht? Ja, normalerweise. Bei vier Folgen hast du die zweite und die vierte. Genau, dann vielen Dank, dass ihr zugeschaut habt. Nächstes Mal wird es für Leute, die sich an Taumcraft sehr interessieren, interessant. Denn da werde ich ein bisschen Rezepte erforschen. Also Rezepte sage ich schon. Ja, Rezepte und magische Dinge erforschen. Kredenzien. Kredenzien, genau. Okay. Also bis gleich, beziehungsweise für Kinsey bis gleich, für euch bis morgen. Ja, oder wenn ihr das nur am Wochenende guckt, bis gleich. Wenn ihr so sieben Folgen am Stück aushaltet mit uns. Marathon. Bis dann. Ciao. Ciao. Tschaui.